Gehen von Anthony. Wahnsinn, schlecht. Angenommen von Anthony. Nummer 4. 13. Minute. Es geht weiter. Und er ist ein Fehler. Von Südter 3-0. Er hat sich in die Bedeutung. Er hat sich in die Bedeutung. Er hat sich in die Bedeutung. Er hat das gemacht! Oh ja! Oh la la! Der PSG renunce! To the way by Marcus Rashford! Ole Miss uses the referee to shake off the defender. 4 plus 1, 3 run away, right for the strike! That's a majestic goal from Morial! We're going to have the next one. It's only a throw for Bayern but everybody seems confused. It's only a 9-8. It was Messi and it's headed over and looked quite nicely in the end by Alex Moreno. It's the трейd-marked Dink. Oh, it was the Trayd-marked Dink! What is it? Yeah. und es nicht wieder funktioniert für Jorginho Er ist auch der Hero, aber du bist so dumm, wenn du es so schaffst, wenn du es so schaffst, und es kommt nicht. Es ist ein sehr schweres Erkensweise, er ist in Trouble hier jetzt, Lukas Moura, und Harry Kane hat den Score! Confirmed, Harry Kane ist offside, und den Goal wird all down. Das war's für Celta. Interessant. Hier sind zwei Spieler auf der Goal-Line. Als er sich um, und der Heller von Suárez und Barcelona haben die Leid. Und es geht nicht darum, was du machen, er wird etwas anderes denken. Werner, das ist gut. Raheem Sterling nimmt es in und scores! Es war noch nicht von Kevin de Brunner, in der off-side position. Das ist es, das war es, wirklich. Musik Nichts, dass wir gerade viel Blatt werden können werden. Es geht über Realität, es geht über Blei. Es ist ein schlechter Auf-Side. Es ist gut, ich weiß nicht, dass ich Jan-Jo Selby weiß. Probierst du ein Vêrlo aus dem Rennen hier, aber du darfst, wie boitert den Ball ist. Was hat er mir gegeben? Es ist ein Schaaf! Es ist ein Schaaf! Es geht um 2-0 gegen den Niklas. Es ist ein Schaaf! Oh, Bethany! Oh, wow! Just brilliant again in the inside area, lovely little pass. Nice interchange, just about created an opportunity. Hoyland linking up with Hutchinson. Hoyland scores! Canada in front, 11 minutes in! The ball today was as a substitute for Erling Hoyland. These are the expectations around him now. Something's happened off the ball, Rayner is down. Does it involve Watson again, I wonder? Such a mature footballer, isn't it, Alexander-Arnold? 20 years of age, he's been here since he was six. And he's spotted that! Oh, and it caught him! They caught Barcelona napping! So, too much a go, but Hoyland couldn't win it. That begins, O'Bappé, O'Bappé got dug in and did so in the end. Griezmann now. Lovely ball, O'Bappé flag is down down. And he wouldn't put it for a man of Kylian O'Bappé. A set-piece opportunity. Perhaps, again, being some jaws of a kidney. Trying something, Desmond, and why not? What a start for Jozo Hakimic and Bayern. First time in. Oh, lovely step over from Messi and there's Griezmann. And look at the smile on his face. Well, Hakimic won it. Mbappé's missed it. Neymar won't. 5-0. It's a calamity at the back from Lille. It's a calamity at the back from London. . 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 Guthi mit Tecchi in den Kornen. Guti, die von der Seite ausgerüstet. Was kann Guti tun hier? Guti nimmt sie zurück. Benzema! Karim Benzema scores für Madrid! 2-0 Real Madrid!